hey lieben willkommen auf meinem kanal heute gebe ich mal ein update über mein leben warum kaum videos auf youtube kommt habe ich mich für einen job beworben und arbeite jetzt in teilzeit neben youtube weil ich da auf youtube ja kein geld verdiene noch gucken wie ich die routine zwischen youtube und teilzeit job mache bin ich auch noch aktuell noch in der quarantäne statt über zehn tage drin und hoffentlich wird morgen mein test ergebnis negativ ich habe keinen bock mehr in der quarantäne zu sein keine sorge ich habe keine symptome von corona mir geht es echt gut wollte euch kurzen update über mein leben geben wollte sagen ich lebe doch und vielleicht sehen wir uns bis zum nächsten video bis leute so und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020